Schau. Hast du Werkzeug? Hier liegt nichts drin. Auf jeden Fall hast du erstmal mein... Oh, die Weine. Die Blaubeeren. So viele. Und ich kann sie nicht ernten. Gott. Oh. Entschuldigung. Oh, schrei mir in die Sunds. Entschuldigung, ich hab eh nie so das Ding kaputt gemacht. Hä, wie kaputt? Ich hab aus, weil wir mit der falschen Seite drauf gehauen. Naja, du spielst mit, mit, mit Controller. Hä, mit der falschen Seite? Och nein. Ich hab mit links geflogen. Du machst dich jetzt auf der Stelle zum Supermarkt und kaufst was Neues. Kommt schon was. Warte, pack auf. Hau ab. Nee, nee. Die kannst du nicht pflanzen, das ist Frühlingssort. Ja, okay, stimmt. Ich war noch nicht im Sommer, Entschuldigung. Jetzt bist du im Sommer. Und 23 Blaubeeren. So. Ich will mal Kieferteer verkaufen. Mal gucken, was das bringt. Dein Grandpuschel hat auch Durst. Ist der Hopfen schon wieder reif? Mal sehen. Alter. Jeden Tag Hopfen ernten. Ich hab so wenig davon gepflanzt. Fünf Stück. Beim nächsten Mal bist du schlauer. Nein. Nein? Ich hoffe, du hast nicht meine Sternfrucht kaputt gemacht. Ich weiß nämlich nicht, wo ich die hingepflanzt hab. Nein, das war genau so eine, wie sie da drüben schon stehen. Erzählst du jetzt? Weiß ich. Weißt du? Weiß ich. Oh, ich hab kein Wasser mehr. Ich hab kein Tropfen mehr. Die Kanne ist leer. So. Na, das sieht doch schon mal viel besser aus. Denk dran. Ist bald ein Fest. Was für ein Fest? Weiß ich nicht mehr. Das ist aber bald ein Fest. Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt und kaufen dir einen Rucksack. Komm mit. Ach nee, halt, warte mal. Komm mit, bleib stehen. Achso. Du hast Post? Nee, du hast Post. Ich hab Post? In deinem Briefkasten? Ja, naja, das ist so. So ein Gruppenbriefkasten. Super. Wir haben Geld gekriegt. Siehst du? Du hast bestimmt einen Brief von Mutti gekriegt. Nee, von Papa. Warte, hier ist noch mehr Post. Was, von Papa? Mir schreibt er nicht. Papa mag mich nicht mehr. Ähm, das kommt rein, das kommt rein. Ach, Hopfen, alles rein da. So, äh, das, das, das. Ach. Wir brauchen ja Geld. Wieso hab ich jetzt hier zwei Eicheln? Ah, zwei Eicheln. Die kommen hier rein. Dann können wir wieder Nussriegel basteln. Da. Ja. Ähm. Ich denk, wir kriegen einen Rucksack. Wir oder du? Ich. Du? Ich. Du kriegst einen Rucksack. Oh. Ich könnt' mir auch einen kaufen, aber ich will einen Stall haben. Ich muss mal, warte mal kurz. Nee, du kommst mit. Nee, jetzt warte mal kurz. Wo ist das so laut? Schmatz. Was ist laut? Na, da musst du sie leiser stellen. Ja, da hab ich es. Ich hatte sie sich schon leiser gestellt, aber das war auch ganz schön laut. Hallo, Evigel. Oh, ich bin, ich bin, ich bin am flirten. Hey. Was? Darf ich dich hauen? Nein. Wo bist denn du? Ich bin in der Nähe. Aber wo ist die Nähe? In der Ferne. Das ist hier. Wo ist hier? Dort. Nein, ich bin im Supermarkt. Hormonsaat. Pflanze sie im Sommer. So, hast du hier einen braunen Rucksack? Ups, das wollte ich gar nicht. Wir werden nie auf einen grünen Zweig kommen. Nein, ich glaube auch. Was machst denn du? Ich geh da raus. Na, dann geh raus. Unten rechts. Unten rechts ist irgendwo ein X oder oben rechts. Muss ich den erst selber anquatschen. Oben rechts hast du ein rotes Kreuz. Ja, aber da passiert nichts, wenn ich was zurück. Alter. Ich kann doch auch nichts dafür. Hey. Wichtig. So schlaufe ich auch. Ganz ehrlich. Ja, wenn du was kaufst, musst du es in deine Tasche legen. Ich wollte es ja nicht kaufen. Deswegen kaufe ich mit Controller, weil mit Maus kommen die Uni-Klaufen. Ja. Oh. Ja, es geht ja nicht. Ach du meine Güte, meine Schuhe sind voller Sand. Na, dann lebe nicht am Strand. Sprache. Hast du dir einen Rucksack gekauft? Okay. Hier, du sollst... Ich flirte nicht fremdlich. Ich flirte bekannt. Hier, nimm jetzt. Nimm doch mal jetzt. Ach, mach doch was du willst. Aber nur einen, wenn es geht. Ich kann nur einen Rucksacken. Du, 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 du. Ja. So. Weil du musst ja Ertrag bringen. Oh! Ja, ja. Da kicke ich dich. Also täglich 2000 sonst. Bringt das alles nichts. So, um dich ein bisschen auszurüsten. Wo bist du hin? Zurück. Wie, zurück? Naja, du rennst weg. Oh. Und was? Oh, ist gut jetzt. Komm mit. Wir gehen jetzt in die Mine und wir gehen jede Etage durch. Zumindest da, wo Schatz drinnen liegen. Ich muss doch mit den Leuten reden, sonst mögen die mich nicht. Ja, ja. Doch, ist so. Ja, 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 ist klar. Was kannst du googeln? Ja, ich googel. Ja. Hier, das ist... Hey, stopp. Ich hab was gefunden. Hm, brauchst du etwas von mir? Oh, ich hab eine Gewürzbeere. Darf ich mit meiner Hand durch den Wuschelbord fahren? Was hast du? Eine Gewürzbeere. Super. Da oben. In die Mine hinein. So. Etage 5? Ne. Nein. Bomben. Nein. Schatz, ich komm noch nicht in die Mine. Warum? Ähm. Wieso kommst du in... Klar kommst du in die Mine. Weiß ich nicht. Wo bist du? Hier. Wo ist hier? Wo ist denn hier? Du bist gerade halb hier vorbeigerast. Achso. Du warst schnell wieder blitzig. Ich hab's nicht gesehen. Wo bist denn du? Hier. Ich hab ein Schwert bekommen. So. Äh. Ich seh... Ja, genau hier bin ich. Ich seh dich nie. Siehst du mich? Ne. Ich seh dich, du kennst hier. Ich fahr los rum. Da ist er. So. Komm mit rein. Hier. Ne. Hier. Fahrstuhl. So. Und geh jetzt mal alle, jede Etage durch. Aha. Monster. Au. Hier gibt's keine Schatztruhe. Warte mal. Ich muss jetzt mal mein Schwert ausrüsten. Komm mit in die Zehen. Es ist gar nicht so einfach hier. Ist da ne Schatztruhe? Ja. Die unsichtbare Drohe hat sich geöffnet. So. Was hast du bekommen? Ah, ist egal. Komm mit in die 15. Ja, 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 ja. Wir sind ja noch gar nicht fertig mit der Expedition. Ist egal. Ich will sie anziehen. Frauen und Schuhe. Ah. Ih, Fliege. Komm mit in die 20. Ich häng hier fest. In der Fliege? Mach wie du denkst. Ich geh angeln. Du. Au. Was hast du jetzt bekommen? Schwert. Stahlkussschwert. Ja, ich glaube, das hab ich auch. Wo bist du? Ja, ohne, ja. Das muss, das muss wahr? Jo. Stopp. So. Dann können wir in die 30 gehen. In die 30? In die 25? In die 25 nicht. Das ist bloß eine mittlere Dungeon-Ebene. Und das ist besser hier. Ist hier keine Truhe? Nee. Oh. Warte mal, da geh ich nicht. Muss ich nochmal. Nee, hier ist echt nichts. Okay. Von, von, von. Hä? Wo? Hä? Aber hier ist was. Ja. Oh, okay. Die ist schön. Das Schleuder. Ja, die ist sinnlos. Okay. Nee, hier ist auch nichts. In der 50 muss wieder was kommen. Halt hier unten. Nein. Winterstiefel. Ja. So, 60? Sind da 60 was? Ja. Die Geräusche, die sind ja eklig hier unten. Oh, super. Eine Weißalbe. Boah. Cool. Was hast du bekommen? Kristalldolch. Ein Kristalldolch. Ach so. Schnelle kurze Hübe, die kaum Schaden anrichten. Super Waffe. So. Ab in die 70. Boah, hier gefällts mir. Oh, ich hab nur so viel Arbeit vor mir. Oh Gott. Eine Meisterschreude. Na ja. Wohin? Na. Du kannst... Ja. Aber wo bist du dich? Ich bin im Dungeon. Oder in der Mine. Ich muss Eisenerz absammeln. Wie Fledermaus. Wenn man schon mal da ist, kann man das auch gleich machen. Du-di-du-di-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Boah. Skalaton. Kohle Puschels. Und Kristallfrucht. Dinger. Eine Höhlenkarotte. Super. Du bist doch ruhig. Du kannst ruhig reden. Du musst reden. Sage was. Wenn ich die Zuschauer nie unterhalte, musst du's machen. Hey. Genau. Ja. Ich suche dich. Du wirst mich nicht finden. Ich bin in Ebene 73. Genau. Ein Amethyst. Zwei oder einer? Oh. Ne, Inventar voll. Nein. Aber ich komm gleich raus. Weil es ist nämlich spät. Was ist das Holz? Was ist das denn? Oh ja. Eigentlich könnte ich schon ins Bett gehen. Na dann, Leute. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Ne, ich hab hier noch Fässer. Oh, Kohlefässer. Geil. Oh, noch mehr Kohle. Oh. Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ne, wir sind so. Ach, Aline fetzt das nicht. So, Mine verlassen. Ich bin wenigst im Dunkeln. Na dann, komm ins Bett. Achso. Ich bin ja da im Weg. Aber ich seh nicht im Dunkeln. Oh. Da muss ich doch nochmal kurz die Angel reinhalten. Nein, ich komm da gar nicht hin. Warum komm ich da nicht hin? Bis wann muss man im Bett sein? Bis um zwei. Komm. Na, jetzt ist es weg. Toll. Hey, ich will das. Dum tödüm tödüm. Tödüm 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 tödüm. Tödüm tödüm tödüm. Zwei kleine Wölfe gehen es nachts im Dunkeln. Man hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum? Man tritt sich an den Wurzeln, ja die Pfoten grum. wenn es nur schon heller wäre wenn nur schon längs der Sterne wenn nur schon... Helf mir mal, sing mal mit! Ich vergiss den Text immer. Wenn nur schon längs der Stern im Himmel mit... nee, wenn nur schon längs der Nachthimmel mit Stern beleuchtet wäre A-Huuuh! Oder so, genau. So, meine Hüter? Danke schön, ich hab Schleim eingesammelt. Super! Wenn's dich freut. Ja, freut nicht immer. Scheiße, ich muss ins... Alter, ich kipp gleich um. Nein! Nein! Du musst ins Bett, Schatz. Ja, bin doch da. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin im Hühnerstall eingeschlafen. Ich gehe im Bett. Verdammt! Ich wollte meine Hühner füttern und bin eingeschlafen. Was ist das? Anderes. Ach, das sind Blaubeeren. Boah, krass. Das ist da oben, ja. Boah, krass. Alter. Wir haben deinen Rucksack wieder drin. Siehst du? Gott. Was war das? Ach, du hast geatmet. Oh ja, euer Baby, mach weiter. Du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden hab. Du warst ohnmächtig und jemand hat deine Taschen durchsucht. Ich hab keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat. Oh, Scheiße. Linus, der Langfinger. Der hat aber zugelangt, ey. Oh, Scheiße. Ja, ihr seid jetzt bockig. Ach, lasst mich doch in Ruhe, ihr doofen Hühner. Oh, das ist Kacke mit vollen Taschen. Mann. So. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Flup? Will ich ein Ei essen? Nein, ich will daraus Omelette machen. Oh, ich brauch eine größere Hütte. Aber ich brauch erst mal einen Stall. Oh, ich brauch zu viel. Ich brauch vor allem Holz. Oh Gott. Ja, dann. Weiß ich, was ich mache. Was? Holz haben. Oder nicht? Äh, versuche aber nicht in Richtung Wasser zu fällen. Warum? Weil dann die Ressourcen verloren gehen. Welche Ressourcen? Na, wenn wir jetzt, wenn der Baum jetzt ins Wasser fällt, fällt das ganze Holz ins Wasser. Hm. Ach, super. Super, diese billigen Arbeitskräfte. Ja, ne? Geiler Scheiß. Da kann ich mich um anderes Zeug kümmern. Da kann ich... Äh, Hacke weggeschmissen. Nein. Guck mal, ich hab was gefunden unterwegs. Was? Kannst du das mal gießen? Das hast du das letzte Mal zerstört. Ich hab Blaubeeren gekauft. Blaubeeren gekauft? Ja. Mal dann pflanzen. Ah, jetzt gieße ich erst mal. Ja, dann gieße ich erst mal. Hm, scheiße. Ich hab's gewusst. Ja, wir müssten hier mal ein bisschen frei machen, den Hof. Dass wir auch ein bisschen hübsch machen können. Ja, der Baum hier, der steht so kacke. Der ist verloren. Oder? Warte mal. Gehen wir mal schnell helfen. Flipp. Ach. Oh, schon wieder volles Inventar. Ich ess doch hier gleich einen Besen. Mann. Ja, den muss ich ohne abgeben. Kacke, ich hab's total vergessen. Ach, den Besen? Nee, ich... Ach. Mann. Ich hab doch noch ne Aufgabe. Hab ich die noch am Laufen? Oder ist die schon ein paar misdurstig? Bürgermeister sucht ne Shorts? Der Zug! Schatzi! Schatzi! Mach die Taschen leer! Ach, egal. Komm mit. Deine Taschen sind bestimmt leer. Ja, so gut wie. Alter, hau ab, Katze! Hast du deinen MP3-Player angemacht? Nee. Voll geile Mucker. Ist die bei dir nicht? Ach, jetzt war das. Aber ich hab leiser geblendet. Hm. Georgia! 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 Na, du sollst ihn nicht kaputt machen. Hä? Georgia! Na, Georgia! Da schmeißt der was ab, oder? Nö. Du sollst ihn nicht gießen. Doch! Vielleicht passiert was. Au! Hä? Oh, jetzt hast... Na, jetzt hast du ein Gans weggemacht. Oh, ich bin fast tot. Ich kann mal was essen. Wie, du bist fast tot. Keine Energie mehr? Ja. Äh. Nein, das hab ich nicht getan. Gut. Wollte grad sagen. Alter, hast du dir grad ein Ei reingepfiffen? Ja. Kannst du denn irgendwelche Bären essen? Hab keine. Oh. Du kannst mal die Steine hacken. Wie denn ohne Energie? Ach, du hast null Energie. Naja, ein bisschen. Naja. Was? Find ich meinen Stein? Du hast doch grad gesagt, du hast null Energie. Ja, ein bisschen hab ich ja ja. Dann geh, geh links weiter, geh links weiter. Geh weiter. Warte. Ja. Oh, ich hab ne Geode gefunden. Oh. Komm mal mit. Komm mit. Komm mit, mein Schatzi. Komm mit. Wir gehen jetzt nackig spaden. Wir gehen nackig spaden? Wir gehen nackig spaden. Kommst du? Ja, ich bin da. So, ich muss hier rein. Gehst du zu den Frauen rein? Warum nicht? Ich muss hier rein. Ich verstehe die Frage nicht. Kommst du auch? Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, ein bisschen, wenn ich mein Bikini anhabe. Ach Gottchen. Ja, du kannst nicht vom Becken reinspringen. Oh. Wie das Würmchen im Wasser schwimmt. Hm. Siehst du den Schatten bei mir? Das ist mein Aal. Ne, du hast den gleichen Aal. Das macht mir jetzt Gedanken. Jetzt muss ich mir Gedanken machen. Ach ja. So, ich bin wieder voll. Zu viel Romantik. Nein, ich nicht. Doch. Du noch nicht? Wie viel Energie kannst du laden? Na, dann bleib mal stehen. Ja, ich bleib ja. Okay, na dann. Wir sehen uns draußen. So richtig schnippisch. Weißt du Bescheid? Hier kann man noch ein bisschen trainieren gehen. Ne, das ist nur Deko. Klar, Sportgeräte sind nur Dekoration. Du hast doch genug Sport auf deinem Hof. Jep. Holzhacken, Steine, Kloppen. Ah, Holzhacken. Hör mir auf, ey. Ich brauch so viel Holz. Eigentlich wollte ich die Bäume gar nicht mitnehmen, aber es geht ja nie anders. Ungültige Position? Hä? Na, du darfst nicht alle Bäume kaputt haben. Na doch. Na, nee. Doch. Nee. Aber ich darf da keine Pflanzen, das ist mein Problem. Wo hämmerst denn du rum? Alter, skrupellos. Ja, wenn du weh, kommst du. Versuch mal, die Bäume hier nicht klein zu hacken. Warum? Das ist Stadteigentum. Ach, ja, klar. Nee, wirklich. Lass die mal bitte stehen. Die sind so hübsch. Ah. Warum geht das nicht? Ja, geschieht dir ganz recht. Nee, du kriegst dann Ärger mit den Waldgestern. Aber diese Wurfeldinger hier werde ich doch wegkacken können. Nein. Was brauchen die denn noch? Schleim. Oh, Scheim. Ich hab keinen Schleim. Mist. Entfernung der glitzernden Felsen. Brückenreparatur. Oh mein Gott. Mhm. Aber ich hab' ich doch. Oh nein. Oh doch. Ich hab' die Wein... Ich hab' die Weinträume verkauft. Scheiße. Ich verkaufe... Nein, du da nicht. Ich verkaufe... Ich verkaufe... Ok, Stups. Kronen. Kronen für altem, altem, altem Haus, Stups. Bring Münze. Hutmaus. Oh nö. Lass die Hutmaus weg. Ich hab' gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Das ist aber schön, dass du das gesehen hast. Ja, ich habe das nicht gesehen, ich habe den Brief gelesen. Achso. Mhm. Ich habe gesehen, du hast deinen Brief gelesen. Nein, das hast du nicht gesehen, das hast du gehört. Ja, lautstark. Mhm. Oh. Hämmerst du hier rum? Ja. Mann. Blöde Fledermaus. Was musst du mal mit dem Würmer machen, draufhauen? Welche Würmer? Mit Würmer. Na, mit der Hacke draufhauen. Mit der Hacke. Lehm. Na, geil. Na, wenn sich das mal nicht gelohnt hat, ey. Ja, ne? Aber echt. Wir machen uns es hübsch. Wir machen uns es hübsch. Jo, Pfeif, Pfeif. Was macht man hier hinten in so eine Ecke rein? Keine Ahnung. Das klingt erstmal gut. Was gibt es denn noch Schönes? Weiß ich nie. Siehste. Ein Stall. Na, siehste. Das ist doch schon was. Hm. Meinst du, hier sollen wir unsere Kühe halten? Oh. Ich beschütze dich. Boah. Alter. Wie das manchmal klingt, ey. Na ja, Goldbahn haben wir ja jetzt. Was willst du dir denn holen? Ach, ein Stall? Ja. Da hast du voll Bock drauf. Ach, hier. Du hast Puschelgorn nicht gegossen. Au, Entschuldigung. Kommst du zurecht? Äh, hier ist ein Zombie. Warte? Warte. Papa ist ja da. Oh. Na ja, dann... Was ist das eigentlich hier für ein Haus? Das wird, glaube ich, ein Gewächshaus. Für den Winter, oder was? Mh, da drin kannst du, glaube ich, alle Jahreszeiten pflanzen. Also... Äh, alles. Alles. Ja. Also alles. Hier, hast du schon dein besseres Schwert ausgerüstet? Ja. Dann schmeiß den anderen Rotz, was du jetzt zur Zeit nicht brauchst, hier rein. Dankeschön. Darf ich die pink machen? Du kannst damit machen, was du willst. Nur nicht pink. Oh, oh. So. Hier machen wir mal zu. Wollt ihr euch die Schleuder? Nee. Die verschießt bloß wertvolles Material. Ja, dann muss ich... Wenn sowas ist, haust du bestimmt in die Verkaufsding, ne? Na, du kannst die mal hier reinschmeißen. So. Ich? Da muss ja Holz. Holz kommt hier in die erste Kiste. Ach ja, ins Bettchen. Na gut. Ist dir das gleiche passiert? Nee. Na, das wäre ja uncool. Ja, süßte. Wieder im Hühnerstall einschlafen. Ei, 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 ei. Heute gab es ja nicht so viel Geld. Na und? Aber morgen. Kann man ja nicht immer so viel geben. Ja, das stimmt. Aber morgen wieder. Ja. Ja. Ja.